Hallo und herzlich willkommen beim Friseur- und Guafio-Portal. Gehen Sie auf die Rubrik Neue anmelden. Füllen Sie das Formular aus, Name, Adresse etc. Sie haben einen Gutscheincode erhalten, fügen Sie ihn unten ein. Danach tragen Sie sich in unseren Newsletter ein. Unten wählen Sie aus. Sie halten jetzt Ihre Zugangsdaten. Nehmen Sie Kontoname und Passwort und drucken Sie es sich aus. Jetzt können Sie einen neuen Eintrag erstellen. Und Sie sehen, bei Ihrem Eintrag gehen Sie nun auf Beschreibung und tragen Ihren Text ein. Unten gehen Sie auf Bilder anpassen, wo Sie eine kleine Bildergarillerie einfügen können. Bis zu zwölf Bilder. Denken Sie daran, dass die Bilder nicht allzu gross sein dürfen. Maximum ein Megabyte. Drücken Sie auf hinzufügen. Hier können Sie die Bilder jetzt hin und her bewegen oder wieder löschen und einfügen. Unten haben Sie ein Hauptbild, das Sie einfügen dürfen. Gehen Sie zurück zum Eintrag. Aktualisieren Sie ihn. Kontrollieren Sie ihn und gehen auf den nächsten Schritt. Und wählen Sie eine Kategorie aus. Eine Rubrik. Ist es ein Angebot oder ein Gesuch? In welchem Land soll Ihr Eintrag erscheinen? In welchem Kanton? Start. Geben Sie den ganzen einen Namen, damit Sie es besser wiederfinden können. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, den Eintrag zu ändern oder zu kopieren. Den exakt gleichen Eintrag. Damit ersparen Sie sich viel Arbeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gerad σου 있는 Eintrag. Mit ihm, Untertitelung des ZDF, 2020